Ich bin die Meli mit einem Pfeil im Hals. Jo, sieht, 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 sieht cool aus, ne? Ja, und ihr seid bei Let's Build Furnished. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge und wir werden mal direkt von einem ganz netten... Äh, ups, nein. Ja, begrüßt. Ja, heute machen wir mal ein Blumengeschäft. So, weil ich denke mal, das gehört auch so ein bisschen in eine Stadt rein. Wir haben einen Bäcker, wir haben einen Klamottenladen. Der Töpferteil ist auch schon in der Mache. Und ich weiß auch, was ich wieder vergessen habe. Ich habe auch vergessen. Egal. Ich haue jetzt erstmal hier die Türen wieder rein. Machen wir direkt als erstes. Dann habe ich nämlich Platz im Inventar. Nein, die will ich nicht. Ja, okay, jetzt sind sie dann natürlich weg. Wieso klappt es nicht immer auf Anhieb? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. So. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. So. Hier werden wir ein bisschen mehr Licht reinklatschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn. Und jetzt noch. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Äh, es. Elf. Dann könnte ich da eigentlich noch zwei weiter. Ein weitergehen. Das hat ja wieder noch. Hier war. Andere Seite. Und da noch ein Licht rein. Oh, dann habe ich wenigstens ein bisschen Ruhe. So. Diesmal bauen wir mit Akazie. Und warum nimmst du die Blöcke nicht nach unten? Danke. So. So. Ich würde auch sagen, diesmal kommt der Tresen so ein bisschen hier hin. Und da. Da habe ich dann jetzt Abstand genommen. Ein, ne? So. Dann haben wir hier eins, zwei, drei. Ist das jetzt falsch? Ist auch vier. Ne, ich will aber nur drei. Okay. So, dann. Nein. Ah. Fängt ja schon wieder gut an. Jetzt geht's. Wunderbar. So. Dann haben wir hier. Also die normalen Blumen, die werden wir jetzt wohl ziemlich mittig überall setzen. Dann machen wir hier nämlich egal hin. Eins, zwei, drei, vier. Dann machen wir hier einen Dreierabstand. Passt. So. Eins, zwei, drei, vier. Habe ich einen Zweier genommen. Okay. Bis zum Thema haben wir dann eins. Habe man dann hier wieder. Oh, passt schon. Eins, zwei, drei. Und dann kommt hier. Und dann haben wir hier wieder einen Vierer. Perfekt. Perfekt. So. Heislips habe ich natürlich nicht. Und deswegen nehmen wir... Nein. Nein, 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 nein. Aber ich habe ja noch die auch, ne? Oh, auch. Da brauchen wir ein bisschen Farbe hier rein. So. Na, hier ist du wohl. Perfekt. Nein. Da hinten. Na, Leute. Das kann doch echt nicht sein. Ich denke mal, der wird hier auch ganz schnell gepuscht sein. Dann guck mal. Ich habe sogar ganz helle. Ja, ich weiß, jetzt ist das eine bunte Vielfalt, aber ich sage mal so, die verdienen nicht genug. Und deswegen ist es aus einfachen Mitteln jetzt hier veräppeln. So. Was gebaut. So. Wir haben hier zwei. So, dann machen wir hier. Was lassen wir? Komm, ein einzeln. Dann hier nochmal so zwei Stück. Bei Klapptönen habe ich definitiv gar nicht. Da kann ich aber welche gleich bauen. Das dürfte das geringere Problem sein. Und wir haben da noch. So. Auf der Seite machen wir das Glanz der Spächen auch. Ja. Ich liebe es. Ich liebe es. So. Weil ich habe ja, wie ihr wisst, draußen noch mein Hebel von vorhin. So. Jetzt brauche ich noch einmal euch. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Und zack. Zack. So. Hier hinter würde ich auch gerne ein Regal so bauen. Und zwar auch aus zwei verschiedenen. Ja. Mach mal so. Zack. Und dazwischen soll dann halt die Bücher da mitmachen. Eins, zwei. Das ist aber nicht ganz mittig. Äh. Was ist da was? Ich. Muss ja das nur hier weg machen. So. Ne. Den lassen wir zu. Dann lassen wir die Seite offen. So. Sodass wir da rein können. So. Oben drauf. Machen wir unsere obligatorischen. Die anderen Glossons. Shit. Die anderen Glossons habe ich, glaube ich, ins Dingens getan. Aber ist ja auch egal. Aber dann kommt er in den Ecken noch. Ja, zwei habe ich jetzt noch. Äh. Jetzt habe ich noch einen. Da ist ja schon einer. Ähm. Ähm. Ich würde sagen, das war's. So. Dann nutzen wir hier diese Lampen mal aus. Und bauen hier so, wo die Klingens sind. Ohne vor. Äh. Nein. Da ein frei. Da ein frei. Genau. So. So. Da ein frei. Äh. Da. Warte mal. Muss einen zurück. Stimmt. Weil sonst. Kann ich keine Krafttüren setzen. So. Ein frei. So. So. Hier machen wir das Spielchen auch. Warte mal. Ich hab da noch. So. Nehmen wir den. So. noch mit raus. Ja. So können wir alles. Beraten. Was wir noch so. Haben. Äh. Den Teppich. Den brauche ich aber gleich noch. Ach. Da ist noch kurz. So. Dann machen wir da. Und da. Und. Was da drüber. Dann. Duck. Duck. Und noch einen. Ja. Ich hab nur noch einen Glowstone. So. Aber. Moment. Moment. Ich hab doch. So. Okay. Dann machen wir. Dann arbeiten wir hier ein bisschen mehr mit. Damit. Das da haben wir. Dahinten in der Ecke brauche ich ja nicht. Dann hauen wir hier einen drauf. Und da. Und dann. noch. So. Ein Topf da. Damit es so schön hier blumig wird. So. Ja genau. Dann würde ich sagen. Machen wir hier hinten noch. Mal da. Direkt unter dem Fenster. Und davor kommt ja dann wieder Dingens. So. Dann mal gucken wie weit wir mit dem Teppich kommen. Dann kann ich sehen. Dann kann ich sehen ob ich da noch ein bisschen an Erde setzen kann. Weil Pflanzen glaube ich nicht genug. Einzeste, was ich nicht habe, ist. Laptors. So. So. Ja gut. Das war es schon. Ist hier noch was drin? Nö. Okay. Nö. Das reicht eigentlich auch. Ne. So. Dann setzen wir. Hier noch welche hin. Warte. Machen wir das ein bisschen symmetrisch. 1, 2, 3, 4. Hier. So. Ich habe ja hier noch. Dann können wir sozusagen das hinsetzen. Ich glaube jetzt habe ich alles soweit gehört. Ich habe nämlich nichts mehr gesehen. Wow. Was ich? Ich kann gut herumkommen. Ah. Wunderbar. Perfekt. Besser kann es nicht laufen. Kann man da was drauf stellen? Yeah. Das kann man. So. Dann machen wir nämlich was. hier in die Mitte. Ein Erdblock. Und dann passt das auch wieder. Ja. Schön. Jo. Das gefällt mir. So. Ich habe ja noch diese komischen Dinger hier. Und da werden wir jetzt auch nochmal welche setzen. Du bist aber sehr tief gesetzt. So. Da zwei Stück hin. Da haben wir einen. Da noch einen hin. Ich würde sagen hier noch einen hin. hin. Und natürlich über die Türen. So. Neben den Türen. Ja. Da wir dir da an der Wand ein bisschen mehr Platz haben. Dann können wir da auch noch welche hinsetzen. So. So. Jetzt brauche ich erstmal alle Pflanzen. Und das nicht zu knapp. So. Den Rosenbusch. Den werde ich nämlich da hinten ein bisschen setzen. So. Da haben wir einen Zweier. Da. Dann können wir da einen hinsetzen. Und dann einmal frei. Und da. Da. Und da. Immer so schön in die Mitte. So. Oh ne. Hier unten unten. Da will ich kleine Pflanzen haben. Aber so am Rand. Großen. Bitte lass mich jetzt nicht die anderen vergessen haben. Doch. Habe ich. Ja gut. Ähm. Das war jetzt nicht geplant. Ich mache einen kurzen Cut. Und dann. Ähm. Sehen wir uns gleich wieder. Ja. Ich hatte gerade nachgeguckt. Ich habe aber auch keine. Äh. Dinge jetzt mehr. Deswegen machen wir das. Ein bisschen anders. Äh. In den Fenstern machen wir dann die. Am Rand. Und. Ja. Was ich aber auch mitgenommen habe. Sind Klapptüren. Klapptüren. So. War es das schon? Okay. Dann müssen wir irgendwo was wegnehmen. So. So. Einmal das. Gehen wir die da hin. Gehen wir die da hin. Haben wir noch eine Farbe? Blut. 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 Dann kommst du da rein. Davon habe ich am meisten noch. So. Habe ich denn noch? Ja. Klar habe ich noch. Kann ich nämlich hier. Da noch eine rein. Und. Da noch eine rein. Und. Wie ich ja schon sagte. So. Oh. Ich wollte schon gerade sagen. Ich hätte sie nicht mitgenommen. Das war jetzt. Oh. Schreckmomente ist Jahrtausend. Zeit. So. Wo haben wir denn? Ach so. Ah. Geht ja. Wir haben noch Zeit. Wunderbar. Dann können wir nämlich da noch einen drauf. Da. Das hier auch. nö. 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 Das stimmt. Ich habe ja gar keine. Treppen mehr. Eben das. Und dann gehen wir eben. Wo mache ich eigentlich die Tür auf? Ja. Das müssen wir jetzt nicht verstehen. Genau. Die. 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 Da. Die. Ich. Ich. Und dann gehen wir da hin. Hinflide cartellinkel. ich glaube ich komme doch nicht weil jetzt haben wir nämlich nur noch für diese seite was dann ich brauche jetzt noch zwei stück ich was jetzt richtig sehen er dann hole ich mal eben noch zwei stück hier um mich definitiv extrem also weil da habe ich auch nur ein vier stück sind es leider egal passt schon habe ich noch so passt doch finde ich gut da kommst du rein und da rein noch ein bisschen davon habe ich am meisten sondern habe ich ja noch die gelb ist ein bisschen unter viel falls auch immer noch so schöne immer wieder höre ich da rein und da rein noch ein könnte man ja auch noch reintun nee so war das nicht geplant leute machen wir hier muss ich jetzt echt das ganze dinge abbauen damit auch daran können damit ich da eine andere pflanze rein tun was denn für eine logik so jetzt noch sonst darf das ding zu tief dann müssen wir das höher setzen egal wenn das ding so haben will dann müssen wir das ja wäre eigentlich auch nicht schlecht wenn wir die höher setzen so ich würde einmal genommen diese da mit dem zweiten und dann erstmal was dran und dann wunderbar da noch muss ich auch noch die klapptüren dran machen sehe ich gerade aber wer wollte dann könnte den mal jemand irgendwie so ein bisschen jetzt schrecklich habe ich noch die kelben ja so dich brauche ich ja eh nicht mehr so noch dazwischen oh ich glaube ähm diese harry potter mod werde ich demnächst doch äh runterschmeißen also dieser werwolf der geht mir tierisch auf die nippel der in den aufnahmen eben mal da am rumheulen ist wie so ein und das hat schon hier mit dem style so die sich hier eigentlich überkommen sollen sie ja auch nicht habe ich jetzt alles gemacht nein natürlich nicht ja egal so und du dann dürfte ich jetzt alles haben hier ne haben wir jetzt noch irgendwo eine freie fläche alles gut und alles tutti so ja die werde ich wohl auch wieder abmachen können das passt doch nicht egal könnte man ja auch am schaufenster runter hängen lassen ne so und das dürfte passen eins und zwei und dann habe ich noch die zwei so zwei habe ich jetzt noch ja da könnte ich die da und ein da dann machen wir da mit pink aufgehört ne und und so und dann hier wieder es ist wieder zu hier ab und krisis so oh ups 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 dann halt da und da und eine und was sagen perfekt da ist auch noch einer der dürfte sich ja so hinhängen dann haben wir alles ne boah da sind auch noch zwei aber einen habe ich nur noch ja gut dann nehmen wir dich jeder wieder weg weil du würdest da eh nicht hin passen das sieht doch eigentlich fancy aus und da hinten in der ecke ist auch ein leerer den nehmen wir auch mal weg stimmt da waren zwei stück die übrig geblieben wären ja würde ich mal sagen das ist ein hervorragendes ergebnis da hauen wir eben auch noch welche hin meine klapptüren brauche ich auch noch mal einen kurz so dann bleibt das noch da dran so jetzt habe ich ja nur noch diese büsche und dann werden wir hier noch wo diese ecken ausfüllen so hier können wir ruhig mal ein höher gehen so bisschen mehr grün so ach guck mal hier ist auch noch einer wo man zwischensetzen kann da hin da hin und da hin ja wie ich sagen haben wir hier noch so einen eingehen nicht fancy man da auch eine klappte draufsetzen nein natürlich nicht schade wär ja jetzt zu schön gewesen so ich hoffe die zwölf reichen aber ich glaube eher weniger ja aber im grunde genommen ist es ja egal ich habe genug ja das hätte nicht gereicht so dann einmal in die schüssel dann einmal hier rein einmal die und dann noch den rest und dann sind wir eigentlich mit den zwei geschäften durch ja bei lbw muss ich ja dann hier noch die ihr seht treppenhäuser bauen ja sonst geht es da oben ich meine wohnungen kann ich eh schon einrichten das ist jetzt nicht das problem weil so ich würde sagen die beiden geschäfte sind eine lampen oben und dann eine lampe da eine lampe da und das habe ich hier natürlich in die mitte gesetzt war natürlich falsch jedes mal haue ich da oben so dann tun wir da eine lampe hin ja könnte man nämlich hier auch machen so und stopp 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 wie gesagt ich brauche ja hier in der Stadt beleuchtung so und da eine hin und da eine hin und da kommt auch die muss ich auch noch ein bisschen versetzen aber im großen und ganzen perfekt ich lebe ja dann würde ich sagen was das für heute ach nie quatsch 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 quatsch하�所 Scheibe mehr kaputt gehen. So, jetzt sind wir aber durch. Perfekt. Und wunderbar. Also mir gefällt's. Könnt mir ja in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt. Und wenn ihr dann schon dabei seid, wenn ihr neu seid, Abo raus. Freue ich mich sehr darüber. Hilft mir ungemein auch. Und ja, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Was hab ich denn jetzt gemacht? In der nächsten Folge wieder. Und zwar nächsten Mittwoch. Äh, Mittwoch sag ich schon. Nächsten Dienstag um 17.30 Uhr. Und bis dann. Ciao, ciao.